Willkommen auf meinem Kanal, ich möchte dir heute hier diesen Hasenmäher hier vorstellen, den Kubota F3060, ja der kostet hier schon mal 0 Euro und wir haben hier eine Höchstgeschwindigkeit von 25 kmh, er hat ein 12 Liter Tank, er hat eine Leistung von 30 PS, entsprechend 22 kW und eine Arbeitsbreite von 2,5 Meter, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 9 kmh, hier haben wir das gute Stück, Leasing, wenn du möchtest, auch 0 Euro, also du hast hier eigentlich keine Kosten, außer wenn du mal den Tank nachfüllen solltest, ich denke wir schauen uns das gute Stück jetzt mal so her an, so sehen wir hier texturmäßig, ja ist er sehr gut gemacht, hier hinten haben wir uns einen Auspuff dran, hinten scheinen wir, dass wir sogar ein Gewicht dran haben, wir haben hier vorneher eine Welle, die geht hier nach vorne beim Getriebe, die ist animiert, haben wir mal hier die Aufkleber, dann ob wir da rankommen, wir sehen hier die Gefahrenhinweise, dass du nicht unten reingreifen solltest und solche Sachen, steigen wir mal ein, so, gehen wir in die Innensicht, ja leider ist nach meinem Geschmack her die Kamera ein bisschen zweit vorne, wenn man sich ein bisschen auskennt, könnte man ja hergehen und die Kamera ein bisschen nach hinten ziehen, dass man von der Innensicht auch das Lenkrad sehen könnte, ja dann denke ich mal wir starten einfach mal, schauen wir mal ob da vorne was animiert ist, die Kamera ja, die zieht es mit, wie wir sehen, nach vorne, nach hinten, gehen wir hier in die andere Ansicht ran, kommen wir nochmal hier auf die Füße, nein, leider ja nicht, dann tun wir mit X das mal ausklappen, wir sehen leider nichts, dass irgendwas sich ausklappt und jetzt gehen wir mal 8 vorne auf die Welle, dann sehen wir hier die Welle, die dreht sich mit, Reifenspuren, wie wir sehen, hier macht er, dann fahren wir jetzt den Sohn mal rein, jetzt haben wir hier Meter weg, aber wir sehen jetzt hier leider her, dass also keine, kein Seitenauswurf da ist, das ist schade, 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 wir machen statt den 9 kmh machen wir jetzt schon locker hier uns 20, also wir können hier schon richtig Rennen fahren, Arbeitsbreite ist auch ganz gut, also es ist jedenfalls ein Mod, wo du so gesehen tust, dass das eigentlich hier um das zu vernichten geht, also du kannst das nicht hier nachher aufnehmen, das ist halt schade in dem Fall, könntest du rein theoretisch mit dem hier auch, wenn du Lust hast, natürlich auch Wettrennen fahren, gucken wir, das wäre auch nur in Spaß halber, das war eigentlich das hier zu uns selbst von Rasenmäher, ich denke mal, Upe hat auch keine, wir haben hier, wie wir sehen, hier also Fehler drin, was mit Mähen hier zu tun hat, also Lurfehler, dann habe ich gesehen, wir haben hier Soundfehler auch, oh, das ist dort lang, also deswegen der Sound der Datei, das hat mir jetzt hier mit dem Mähen hier mir die ganze Lok voll geknallt, da brauche ich auch noch mal gerne weiter zu schauen, also, das ist halt schade drum, sonst wäre es ja eigentlich, finde ich hier ein toller Mod, ja, wenn dir hier das Video natürlich gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn du hier reinschaust, hiermit sage ich Servus, Grüß euch, euer Franz. Thanks. Untertitelung des ZDF, 2020